Podcast-Werkstatt Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, bei dem Rider Safety absolut im Mittelpunkt steht, mit Christoph Strasser und Florian Graschitzer. Wir überlegen uns immer, wer ein gutes Intro hat und du hast jetzt gesagt, der Einsatz ist schon seit Wochen im Ärmel. Ja, und dann fällt mein, Wochen ist es noch gar nicht her, aber ihr habt es schon seit einer Zeit lang im Petter. Vielleicht kommt man dann noch darauf zu sprechen, was es genau auf sich hat damit. Ich wollte eigentlich ganz banal starten mit dem Podcast zum Transcontinental Race. Oder dem Podcast, der aus der Sommerpause zurück ist. Richtig, weil das ist nämlich auch eine große Freude für uns. Ich hoffe, wir haben es nicht verlernt. Ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen einiges erlebt und da war Podcast nett mit dabei. Ich habe jetzt eine unserer alten Folgen angehört, wo wir über die Transcontinental Race Vorbereitung geredet haben, damit ich wieder ein bisschen eine finde und bin schon echt gespannt, wie jetzt die nächsten Aufnahmen laufen werden, ob ich noch mich an alle kleinen und feinen Geschichten erinnern kann. Ja, und ich hoffe, dass du mich gut interviewst oder nicht zu sehr aus meinem Monolog rausreißt. Ja, wir werden sehen, wie es läuft. Es ist auch für mich wieder neu. Also wir hoffen, dass wir es nicht verlernt haben. Es wird schon gut gehen. Und damit es gut geht, musst du ja natürlich wieder regeneriert sein. Ich habe über 4.500 Kilometer quer durch Europa sehr viel, also wirklich sehr viel, um nicht zu sagen ausschließlich minderwertiges Essen zu mir genommen und Trinken. Und ich habe mir niemals gedacht, dass mein Körper das aushalten kann. Ich habe mir echt die größten Sorgen gemacht, dass ich ohne Verdauungsprobleme irgendwie durchkomme. Und erstaunlicherweise hat das funktioniert und mir hat es einfach auch gezeigt, dass du, wenn du gesund bist und wenn du fit in so ein Rennen startest, der Körper wirklich über diesen überschaubaren Zeitraum einiges aushalten kann. Aber ich habe natürlich im Vorfeld sehr auf meine Gesundheit und meine Ernährung geachtet. Dann kann man sich ein Cheat Day schon einmal erlauben, oder? Ein paar Cheat Days. Ja, eine Cheat Week. Umso wichtiger ist, dass man danach wieder mit hochwertiger und gesunder Ernährung weitermacht. Und so wie mir das vor dem Rennen auch geholfen hat, setze ich jetzt wieder auf die 75 Vitamine und Mineralstoffe, die in AG1 enthalten sind. Einfach einen Löffel Pulver in das Wasser schütteln und trinken. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich während dem Rennen irgendwie keine Unterversorgung gehabt habe. Und ich denke schon, dass das einfach eine große Hilfe für mich war, weil ich mit vollen Speichern in das Rennen gestartet bin. Wenn auch du dir einmal eine Cheat Week gönnen möchtest, dann kannst auch du unser Partnerangebot von Athletic Greens unter www.athleticgreens.com in Anspruch nehmen und bekommst zusätzlich fünf praktische Travel Packs, wovon du ja auch eines zumindest mitgekauft hast. Ich habe eines mitgekauft, natürlich wäre es besser gewesen, mehr dabei zu haben, aber wir haben ja dann das Problem mit dem Volumen, mit dem Gepäck, wie viel nimmt man mit, wie viele Plätze hat man. Aber wie gesagt, es ist wirklich wichtig, unterm Jahr im Alltag auf seine Ernährung zu achten, sein Immunsystem zu stärken, seine Regeneration zu verbessern und dabei unterstützen dich die Vitamine und Nährstoffe in AG1. Ihr Flo, aber ich bin nicht der Einzige, der regeneriert. Wie geht es dir? Du bist vom Urlaub retour. Ja, inzwischen schon Viertag und bin schon wieder heuwegs regeneriert. Es ist nach dem Urlaub noch die Fahrradbotenmeisterschaft dazwischen gekommen. Das waren auch zwar lange Nächte mit ein paar Bier und ein paar Gold Sprinten, aber inzwischen bin ich regeneriert und bin wieder voll da. Bereit, um wieder ins Büro zu gehen und meiner Lohnarbeit nachzukommen. Ja, erzähl bitte kurz, was du gemacht hast. Genau, ich bin mit dem Fahrrad nach Barcelona gefahren, von Graz nach Barcelona in elf Tagen als Fahrradreise. Ja, also ohne Druck, ohne Zeitdruck, ohne großen Plan, wie viele Etappen möchte ich fahren, wie viele Kilometer muss ich täglich schaffen, sondern ich bin einfach drauf losgefahren mit meinem kleinen Zelt und das war wirklich ein sehr erholsamer, so komisch das klingt, ein sehr erholsamer Urlaub und das war sehr schön, sehr entspannend und ja, das war sehr nett. Fast ein bisschen Three Peaks Bike Race, oder? Dann bin ich unterwegs draufgekommen, dass ich sehr nahe an der Strecke war vom Three Peaks, einige Passagen sich überschnitten haben und bin dann auch darauf angesprochen worden und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast jemals ausgesprochen habe, ich habe das ja irgendwie einmal im Zettel gehabt, das zu fahren, habe mich dann nicht getraut, mich anzumelden. Vielleicht das nächste Mal, wir werden sehen. Hast du eine Reitüberhorte vielleicht länger unterwegs gewesen? Nein, so lang war keiner unterwegs. Was wir natürlich auch noch kurz erwähnen, ist das Race Around Austria, das jetzt auch gerade über die Bühne gegangen ist und da werden wir uns in den nächsten Episoden sicher noch näher damit beschäftigen und hoffentlich auch mit jemandem reden, eine Episode lang, der mit dabei war. Jedenfalls, unsere Sitzfleisch-Gäste waren auch in den Ergebnislisten sehr stark vertreten. Ja, in fast allen Kategorien waren Gäste bei uns ganz vorn dabei, also die Top 2 beim Langen, Rahr, auf der Extremdistanz, Sebi Michetschläger und Philipp Keider waren beide schon bei uns. Zweiter Platz auf der 1500er, Alfred Schaubauer war schon bei uns, Siegerin auf der 1500er, die Elena Roch war schon bei uns, Siegerin der Challenge, die Anna Kofler war schon bei uns. Also, unsere Gäste gut vertreten. Also, wenn Sie das Rack winnen wollen, jetzt kommt Sie zu uns in den Podcast. Bevor wir jetzt richtig reingehen und über das Transcontinental sprechen, wahrscheinlich über mehrere Episoden, eine ganze Staffel drüber machen und der Lukas und ich zuerst was ansprechen, wir haben dich nämlich wahrscheinlich der Lüger überführt und wir wollen jetzt von dir einmal eine Rechtfertigung von dir hören. Was sagst du zu dieser Aussage, die wir gefunden haben? Ich muss sagen, wo ich mir wirklich schwer tue mit der Vorstellung und wo ich sehr viel Respekt habe, wäre quasi meine eigene Herangehensweise, die ich mir jetzt seit eineinhalb Jahrzehnten irgendwie antrainiert habe, nämlich wirklich versuchen, so komplett ans Limit zu gehen und wenn ich jetzt sagen würde, ich versuche einmal ein Support zu trennen und ich mache genügend Pausen in der Nacht, damit ich nicht in der Nacht müde bin und gefährlich unterwegs bin und vielleicht den Moment übersehe, wo dann Sekundenschlaf einsetzt oder einfach Halluzinationen kommen, wenn man jetzt ans Ram denkt, zum Beispiel das will man natürlich unsupportet, wenn möglich vermeiden. Und wenn ich mir jetzt denke, ich fahre mit mehr Pausen und dann bin ich unterwegs und dann ziehe ich plötzlich Strasser auf Platz 3, Bad Holmös, Platz 1 und irgendwie, weiß ich nicht, wer auf Platz 2 ist. Auf jeden Fall, wenn ich da vorne dabei bin, würde ich genau wissen, jetzt erwacht innere Ehrgeiz in mir und ich möchte jetzt doch kompetitiv unterwegs sein und ich würde wahrscheinlich mein Pausenkonzept über Bord werfen und dann einfach mit so wenig Schlaf versuchen auszukommen, wie ich es vom Ram oder so kenne und dann nicht, wie gesagt, einfach Sicherheitsbedenken. Also ich glaube, dass gute Vorsätze genügend Pausen zu machen, sicher zu fahren, wenn du dann in der Platzierung ganz vorn bist, wahrscheinlich über Bord geworfen werden und da fahre ich dir sehr viel Respekt. Großartig, wo hat es denn das ausgehoben, bitte? Das sind deine eigenen Worte, die hast du gesagt, ich glaube, in der Episode mit dem Ulrich. Es war fast wie eine Vorhersage, gell? Aber ja, ich kann das nach wie vor unterschreiben und ich habe wirklich mich so mental darauf vorbereitet, wenn dieser Fall eintritt, dass ich nicht sofort die Taktik mit mehr Schlafen über Bord werfe, die ich ja eigentlich so angewandt habe, mit drei Stunden Schlaf pro Nacht und geduldig bleibe und mit weiterhin drei Stunden Schlaf pro Nacht unterwegs bin, auch wenn es, wie damals erwähnt, Ulrich Barthold Mös 1 und Strasser 3 war. Erst ganz am Ende habe ich den Schlaf reduziert, nicht wie ich zuerst mehr auf Platz 3 gekommen bin und das hat mich das Rennen auch so gut zu Ende fahren lassen, dass ich so viel Geduld gehabt habe und ruhig geblieben bin und nach wie vor auf drei Stunden Schlaf geblieben bin und nicht übermütig geworden bin und am Ende haben zum Klick meine radlfahrerischen Fähigkeiten mit wahrscheinlich der besseren Fitness die letzten paar Tage den Ausschlag gegeben. Aber wir werden den Rennverlauf noch in Detail besprechen. Ich war ja jetzt in Frankreich, ich bin ja jetzt quasi Native Speaker. Aber fangen wir mal an mit der Vorbereitung. Wir haben ein paar Sachen angerissen. Du warst Trainingslager in Rumänien. Wir haben viele Sachen bewusst nicht angesprochen, sie geheim gehalten und jetzt kann man recht offen darüber reden. Meine Vorbereitung war vom Training her grundsätzlich super. Also Training ist gut gelaufen, die ersten Ergebnisse waren super, Race Across Italy, Race Around Niederösterreich, überall persönliche Bestleistungen, Streckenrekorde. Also körperlich war ich definitiv absolut super in Form und mit allem anderen habe ich ziemlich gekämpft. Also wirklich, das war, ich war vor dem Start so nervös wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das war beim ersten Rennen 2009, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, worauf ich mich einlasse. Ich habe die letzten Nächte wirklich sehr schlecht und auch nicht wirklich ganz viel geschlafen vor dem Rennen und habe ich einfach bis zuletzt mit Routenplanung und mit Ausrüstung und mit der Technik am Radl gekämpft. Also es hat dann alles gepasst, also wirklich bis zum letzten Moment viel, viel Arbeit. Und es hat sicher nicht geholfen, dass dein geplanter 1000 Kilometer Testrun mit vollem Gepäck und Beleuchtung nicht so gut gelaufen ist. Es hat ja diesen Film gegeben von Specialized, der auf YouTube jetzt online ist, wo es ein richtig cooles Feedback gibt und der ist, glaube ich, mitten im Rennen dann online gegangen. Und bei dem Film hat mich Specialized ein paar Tage vor dem Rennen besucht. Wir haben Interviews gemacht, ich bin ein bisschen gefilmt worden beim Training, bei der Vorbereitung und der Film hat damit geendet, dass ich quasi in der Früh starte auf eine 1000 Kilometer Runde. Das wäre meine Generalprobe gewesen. Das ist dieses 1000 Kilometer Privé, das in Österreich organisiert wird. Ich war nicht beim Privé angemeldet, aber ich wollte eben genau diese Strecke fahren. Ja, und nach 300 Kilometer war Schluss. Das hat man im Film nicht gesehen, aber es war echt sehr problematisch. Mein Licht ist unterwegs kaputt worden. Ich war völlig fertig. Ich habe die Nächte davor einfach zu lange am Abend immer zu tun gehabt und war einfach müde. Ich habe tagsüber schon echt wirklich gemerkt, ich bin nicht ausgeschlafen, ich komme mit der Müdigkeit nicht zurecht. Und der Plan wäre eben gewesen, in Graz zu starten, über Kärnten, Großglockner und dann Oberösterreich, bei Linz vorbei, Maria Zell und wieder retour. Und ich habe da nur ein schwaches Ersatzlicht mitgehabt. Beim DCR musste ich auch ein Ersatzlicht mithaben, ein unabhängiges für den Fall der Fälle, dass etwas kaputt wird. Und ich habe aus irgendeinem Grund einfach ein schwaches Ersatzlicht mitgehabt. Nicht, dass ich dann beim großen Rennen dabei habe. Und ich habe gewusst, ich bin tagsüber schon müde, mein Licht ist kaputt geworden mit dem Ersatzlicht, ein Großglockner in der Nacht runter. Das wäre mit der Brechstange gewesen und das wollte ich einfach nicht. Ich war zu schwach in der Phase und wollte nicht Risiko eingehen. Und dann war ich in Kärnten Schluss. Und das war ein bisschen frustrierend. Wie kurz vorher war das? Was hast du dann noch? Es ist ja immer noch zur Zeit recht schwierig, Radteile zu bekommen. Lieferzeiten sind extrem. Wie kurz vorher war das und wie viel Panik hast du geschoben, dass du dein neues Licht noch rechtzeitig kriegst? Es war genau drei Wochen vor dem Start und ich habe dann eine Woche später noch mehr Testfahrt gemacht. Die war allerdings kürzer, weil 14 Tage vor dem Start möchte ich nicht 1000 Kilometer fahren. Das ist körperlich und nicht mehr sehr intelligent. Von der körperlichen Fitness her, von der Erholung her. Und die letzte Testfahrt war dann so circa 285 Kilometer. Da bin ich einfach am späteren Nachmittag gestartet und so circa um 5 in der Früh wieder heimgekommen. Da hat dann das Licht und alles funktioniert und die Technik hat gepasst und da habe ich dann zwei Wochen vor dem Start gewusst, dass einmal die wichtigsten Dinge in Ordnung sind. Ich habe nämlich ein Licht verwendet von Supernova, die M99DY Pro und das steht für Dynamo Pro. Also ich habe quasi in den Wochen vor dem Rennen Nabendynamo eingebaut und da war es ja so, dass meine Roval-Laufräder, die haben zu wenig Speichen. Die haben 21 Speichen und für Nabendynamo brauchst du 28 Speichen. Dann habe ich eben, bis mir das klar war, habe ich dann ein neues Laufrad bestellen müssen. Das war nicht sofort lieferbar. Das hat alles recht lang gedauert. Dann musst du den Nabendynamo einbauen. Dann musst du das erst einmal alles installieren und dann habe ich eben gemerkt, dass du für die USB-Ladefunktion für Handy und Garmin brauchst du ein eigenes Ladegerät. Das wird auch am Dynamo angeschlossen und hat dann so einen Puffer-Akku, weil natürlich du fährst langsam oder schnell unterschiedlich viel Strom wird produziert und der Puffer-Akku gleicht diesen unterschiedlichen Stromfluss aus und ladert die Geräte dann mit gleichmäßigen Strom. Und jetzt hast du halt zwei Geräte, die am Nabendynamo angeschlossen werden. Den Scheinwerfer und den Ladeadapter. Und beide zugleich funktionieren halt nicht hundertprozentig, weil sie sich gegenseitig Strom wegnehmen. Und damit ich aber doch beides verwenden kann, wollte ich einen Schalter einbauen. Und habe den auch eingebaut, habe mich zuerst bei Supernova und beim Hersteller vom Ladegerät erkundigt. Die haben gesagt, das passt so. Trotzdem ist es dann so gewesen, dass das Licht kaputt war. Also wenn du sagst, eingebaut, nur, dass man da draußen ein Bild kriegt. Du hast selber den Lötkolben ausgepackt und hast da herumgelötet und einen Schalter angebaut. Richtig. Ich war beim Konrad, habe mir die Elektro-Teile gekauft und ich bin immer selbst ironisch mit meinen Fähigkeiten als Bastler, Heimwerker und Radlmechaniker. So schlecht bin ich nicht. Aber in dem Fall hat halt irgendwas nicht funktioniert. Es hätte theoretisch funktioniert, aber praktisch war es so, dass das Licht dann kaputt war. Und dann habe ich zum Klick eine Woche später eben das neue Licht gekriegt und das hat dann passt. Dann habe ich keinen Schalter mehr eingebaut. Zumindest das Licht habe ich original angeschlossen und ich habe dann schon noch einen Schalter eingebaut, aber nur für den USB-Ladeadapter. Damit ich heute, wenn es dunkel ist, kann ich den USB-Lader ausschalten, dass der volle Strom ins Licht geht und tagsüber kann ich ihn wieder einschalten, dass eben dann die Geräte geladen werden und dass nicht beide parallel quasi betrieben werden in der Nacht. Und das hat perfekt funktioniert. Ich habe den wunderbar so einen runden Schalter wasserdicht vorn am Aufleger eingebaut wie so eine Lenkerabschlusskappe, die man beim Griffband reinstopft und war sehr schön und hat funktioniert. Dein weiteres Setup wird das ausgeschaut. Also du hast dich entschieden für Nabendynamo. Das ist ja eine Philosophie-Frage. Da gibt es nicht wie bei Scheibenbremsen oder normale Bremsen eine richtige Antwort, sondern da ist wirklich beides gleich viel wert. Hat beides seine Vor- und Nachteile, aber du hast dich für den Dynamo entschieden? Weil ich von dir gelernt habe, dass Powerbanks versenkt werden können. Ja. Wenn man in der Nacht damit hantiert und an einem Brunnen steht, der Wasser enthält. Nein, im Ernst, beides kann fehlerunfällig sein. Beides kann unterwegs den Geist aufgeben. Du kannst eine Powerbank verlieren oder kann Lademöglichkeit finden. Ich denke, Powerbanks haben mehr Gewicht und brauchen Platz und du brauchst für die Powerbanks auch und auch fürs Licht, das eine eigene externe Batterie hat, eigene Ladegeräte. Das kannst du dir in jeder x-beliebigen USB-Buchse anstecken, um den externen Batterie-Pack fürs Licht wiederzuladen. Das heißt, es ist unterm Strich vielleicht mehr Gewicht und mehr Gepäck, mehr Platz bedarf, aber der Dynamo hat natürlich auch seine Nachteile. Das Laufrad wird schwerer, er hat einen Widerstand, laut Testberichten so im Bereich 5 bis 10 Watt, wenn er Strom produziert, mit der du quasi deine Leistung bremst und kann auch kaputt werden. Es können die Kabel kaputt werden, es kann sich in der Verkabelung lösen oder lockern, also Fehlerquellen gibt es überall, aber trotzdem einfach die Sicherheit, du kannst jederzeit und überall ein USB-Kabel anstecken und dein Garmin oder das Handy aufladen. Das Rücklicht aufladen, das hat mich einfach irgendwie davon überzeugt, dass vielleicht der Nam-Dynamo sorgenfreier ist. Und das hat sich aus deiner Sicht unterwegs bewahrheitet, weil wir haben es schon kurz angerissen, du hast doch eine konservative Schlafstrategie gewählt, warst immer wieder in Hotels, du wärst wahrscheinlich mit einem Akkubeck, bei den Schlafpausen geladen werden, wahrscheinlich auch durchkommen. Möglicherweise, wir haben nicht genau gewusst, welche Hotels oder wie oft ihr Zimmer nehmen oder finden werdet. Von dem her war es ungewiss und ich will einfach auf der sicheren Seite sein. Und so ein Telefon, wenn das Tagsüber das Display einhat, weil es vielleicht zum Navigieren als Backup benötigt wird, dann geht da sehr viel Strom drauf. Deswegen habe ich ein zweites Telefon mitgehabt. Ich habe oft gelesen, dass Leute zwei Garmin's mithaben oder eben andere Navigeräte fürs Rad. Falls was ausfällt, falls was leer wird, falls was hängen bleibt oder so von der Software her, ich habe mir gedacht, ein zweites Telefon ist viel wichtiger, weil zum Kommunizieren den Tracker zu checken, Buchungen zu machen für Zimmer, ganz viele Dinge, die quasi nur mit dem Telefon gehen und wenn ein Telefon verloren geht, kaputt wird oder sonst irgendwie nicht mehr funktioniert, habe ich einfach ein zweites Telefon dabei gehabt, mit SIM-Karten, mit Backup von allen Apps, von allen Offline-Karten und ich habe mir gedacht, ich plane mit viel Sicherheit und das war dann schlussendlich ganz, ganz wichtig, weil mein erstes Handy hat nach einem Tag schon den Geist aufgegeben. Ich muss dazu sagen, hat es 100 mehr gekostet, weil es wasserfest ist, IP67 zertifiziert und die ersten Regentropfen haben es komplett zerstört, dann kommt die Meldung, das Handy ist toll in Ordnung, aber du darfst nicht mehr laden, weil es ist Feuchtigkeit in der USB-Buchse und laden wird verhindert. Ärgerlich aber zum Geek habe ich die alten USB Ladebuchsen drauf gekriegen, das Wasser ist in Strömen runter gekriegt und es hat trotzdem funktioniert, das war irgendwie cool. Du bist gefahren mit Rahmentasche, Oberrohrtasche und Aschrakete. Wie viele Liter haben die jeweils gehabt, wie groß waren die und was war so, also jetzt abgesehen von den Klassikern, die jedem klar sein sollte, dass man die dabei hat, eine Regenwäsche, ein bisschen ein Werkzeug, ein bisschen eine Schläuche, was waren so deine geheimen Zutaten? Also die Oberrohrtasche hat zwei Liter Volumen gehabt, ich habe von Apidura die Ausstattung bekommen und ich habe ein paar Tage vor dem Start mir noch schnell in einem Online Store die größere Oberrohrtasche bestellt, weil ich bin nervös geworden, statt ein Liter waren es dann zwei Liter, weil ich mir gedacht habe, mehr Platz ist vielleicht doch gut, man kann unterwegs Essen kaufen und mitnehmen, ein paar Riegel einpacken und man ist dann vor dem Rennen doch so, dass man denkt, zur Sicherheit nehme ich doch noch ein paar Kleinigkeiten mit, weil komplett zu reduzieren, wie es die erfahrenen Unsupported Fahrer machen, habe ich mir einfach nicht getraut, ich habe zur Sicherheit dann doch noch zum Beispiel den Adapter einpackt, um eine CO2 Kartusche zu verwenden, obwohl ich keine Kartuschen mitkomme, sondern meine kleine Rahmenpumpe, aber ich in der innere Stimme gesagt, unterwegs mir doch eine Kartusche kaufen und diesen Adapter dabei zu haben, zum Beispiel macht Sinn, ich habe zwei Kabel Da möchte ich ganz kurz einwerfen, einfach weil das so eine typische Geschichte von mir ist, ich bin auch auf meiner Reise zwei Kartuschen mitgehabt, drei Schläuche und die Rahmenpumpe, die gleiche Rahmenpumpe, die ich übrigens auch als einziges beim Seven Serpents mitgehabt habe und beim ersten Potschen denke ich mir, ich gehe auf Nummer sicher, pumpe vorher ein bisschen der Luft ein, damit den Schlauch in komplett leeren nicht so leicht einklemmen und dann komme ich drauf, meine Pumpe hat zwar ein Dual Valve, aber ich benutze immer die klassischen Rennradventile und das ist mit dieser Pumpe nicht gegangen und ich muss dann sagen, ich bin so was froh und noch viel glücklicher, dass ich beim Seven Serpents keinen Patschen hatte, weil ich wäre dort gestanden wie der letzte Tap mit meiner Fahrradpumpe, wo ich die normalen Rennradventile nicht aufpumpen kann. Ich hätte Autoventile aufpumpen können und diese ganz komischen französischen uralt Citybike Ventile, aber mein Rennradventil hätte ich nicht aufpumpen können und bin dann dort gestanden und habe dann gleich beim ersten Patschen die erste CO2 Patrone aufgebraucht und habe mir dann gedacht, wenn mir das bei meinem Rennen passiert wäre, irgendwo mitten in der Nacht auf irgendeinem Berg in Krück oder auf Zres, wie ich da gestanden wäre, was das für ein Scheiß gewesen wäre und ich habe die Pumpe dann gleich vor Ort weggeschmissen. Ja, ich habe zum Thema Defekte ein paar Geschichten auf Lager, die kommen dann in den nächsten Episoden, weil du bist genau darum gegangen aufpumpen und welche Probleme da irgendwie mitgekommen sind. Genau, und dann habe ich noch eine 4 Liter Tasche gehabt, die halt am Oberrohr nach unten montiert wurde, da waren halt Minitool drinnen, Ersatzteile, eben zwei Schläuche, ich habe 28 mm Drohtreifen verwendet, Kinchers von Specialized die Roubaix, die habe ich im Training seit einem Jahr in Verwendung, ich habe keinen einzigen Defekt gehabt, ich bin den Parkour in Rumänien, den Checkpoint 4 Parkour, den Mountainbike Parkour schon gefahren, ohne Probleme und so, mich echt drauf verlassen können, dass die Reifen halten, sie sind sicher nicht die schnellsten oder die leichtesten, aber meiner Meinung nach sehr, sehr sicher, trotzdem zwei Schläuche mit der Bike habe und die will ich wirklich ein gröberes Problem gibt, ein Tubeless System neu aufzuziehen mit der Dichtmilch und das vielleicht irgendwo mit Taubenfingern im Regen in der Nacht davor habe ich echt viel Respekt gehabt und ich weiß zwar es gibt viele Freaks und mir ist auch immer wieder so ein bisschen aufdringlich gesagt worden ich muss völlig tubeless fahren und ich habe gesagt nein ich habe es probiert ich habe es nicht gut gefunden oder nicht sorglos gefunden und deswegen bleibe ich beim Schlauch da weiß ich wie es funktioniert kann mich drauf verlassen und kann es im Pannenfall einfach beheben ja Ersatz Speichen mit passenden Nippeln habe ich gehabt für Vorder- und Hinterlaufrad das sind natürlich andere Speichen dass ich im Falle des Falles in einer Werkstatt die passenden Speichen habe weil da gibt es sonst vielleicht nicht die richtigen dass es repariert werden kann und ich zum Schlafen habe einen kleinen leichten Down-end Schlafsack ohne Unterlegmatte nur mit einem Biwarksack den habe ich schlussendlich dann eh nie verwendet weil ich wenn ich draußen geschlafen habe einfach meinen Schlafsack hingelegt habe am Beton und mich in den Schlafsack gelegt habe um ein bisschen Platz zu sparen habe ich die Unterlegmatte quasi daheim lassen ich habe Rücklichter verwendet Garmin Varia den Radar der gibt ein bisschen mehr Sicherheit wenn du von hinten die Autos kommen hörst und Blinklichter so kleine Specialized Sticks Lichter die kann man weiß und rot einstellen waren sozusagen auch für Helmlampe am Helm habe ich so eine Halterung oben gehabt hat man auf die Fotos gesehen hat es sehr komisch ausgeschaut dieser Klettverschluss am Helm Hättest dein Helmkontom drüber gezogen hätte es keiner gesehen Stimmt das hat übrigens leider nicht Platz gehabt deshalb müssen daheim bleiben und genau man kann auf meinen Accounts noch alle Details anschauen was ich so mit dabei gehabt habe wichtig war noch eine Badehose ich habe mir so einen gefährlichen Dreieckschnitt gekauft weil ich mir gedacht habe es wird heiß werden es wird 35 Grad und mehr haben und zwischendurch einmal in einem Freibad oder an einem Badesee ins Wasser zu springen kommt vielleicht nicht so gut nockt mit der Badehose hast du einen offenen Hintern mit der weichen Haut und der Nassenhose logischerweise packe ich mir Badehose ein habe ich noch nie verwendet aber ja hat mir glaube ich ein Gefühl gegeben dass es vielleicht Sinn macht vorher wenigstens hast du es dabei gehabt und meine Arschrakete hinten hat sieben Liter Volumen gehabt war eine Spur größer und ich habe generell einfach die Idee gehabt ich nehme zu sichern etwas mehr mit als zu wenig ich habe noch medikamententechnisch Sachen mitgehabt die ich natürlich zuerst alle auf der NADA Webseite geprüft hat bezüglich Doping Richtlinien also eine Kortisoncreme für den Hintern Schmerztabletten Schmerztabletten für den Fall der Fälle Sachen gegen Magenverstimmungen oder um Wasser zu desinfizieren das man aus dem Fluss nimmt dann habe ich noch Antibiotikum mit dabei gehabt für Atemwegs Infektionen oder Erkrankungen und ich habe nichts von dem wirklich nichts von dem gebraucht das einzige was ich gebraucht habe waren Salztabletten und zweimal eine Koffein-Tablette das war wirklich das einzige der Rest war nur Backup das ja das mir Sicherheit gegeben hat wenn ich das dabei habe weil Sitzbeschwerden wollte ich keine haben zum Beispiel eine zweite Radhose weil ich mit dabei habe klassische Reiseapotheke eigentlich und hast du die zweite Radhose auch benutzt tatsächlich ja da habe ich noch circa der Hälfte des Rennens und mich dann voller Freude umgezogen das war an einem Tag wo es dann gekriegt hat und dann war die zweite Hose die frische nach einer Stunde durchnass ich habe mir gedacht war vielleicht ein schlechtes Timing aber trotzdem einfach zu wissen dass man eine keimfreie Hose auf seiner geschundenen Haut hat war ein gutes Gefühl den Tipp mit deinem Account und dort nochmal die genaue Packliste anzuschauen das habe ich jetzt gemacht und dann habe ich noch ein paar für mich interessante Sachen gefunden also ein Pfefferspray und eine Trillerpfeife ja richtig ich habe mir zwei Pfeffersprays gekauft vor dem Start einen zum testen weil ich natürlich sowas noch nie verwendet habe und ich wollte wissen wie verhaltet sich das ist das ein Strahl oder ein Sprühnebel und welche Reichweite hat man damit und ich habe mit einem Pfefferspray im Garten die Hecke attackiert und den zweiten habe ich eingepackt weil ich sehr viel Respekt habe vor den freilebenden Hunden in Rumänien Serbien und Bulgarien und auch die Pfeife war einfach nur um akustisch vielleicht Hunde wenn sie dann aggressiv werden möglicherweise vielleicht zur Umkehr zu überreden Ich bin ja auch was das betrifft sehr ängstlich ich bin auch kein großer Hundemensch du hast ja extra mit einem Hundetrainer gesprochen davor weil du auch ein bisschen ängstlich bist Ja das besprechen wir in der Episode wenn ich dann durch Rumänien fahre weil da gibt es einiges dazu zu sagen und ich habe auch so eine Audio-Nachricht dazu passende aber ich kann einfach wegnehmen ich war noch impfen Tollwut um einfach ein bisschen entspannter zu sein dass du weißt Tollwut-Impfung macht dich jetzt nicht immun aber du weißt einfach im blödesten Fall kannst du ein bisschen entspannter in so eine Begegnung einigen weil du bist eben doch hast einen gewissen Schutz und man hat dann einfach weniger Angst vor einer möglichen Situation mit Hunden und ich kann es gleich vorwegnehmen ich habe einen Pfefferspray nicht gebraucht aber durch meine Trainingserlebnisse in Rumänien die haben mich doch ziemlich eingeschüchtert im ersten Moment Jetzt möchte ich einander die Chance ausgeben deine Sponsoren zu erwähnen ich hatte ja vor x Jahren schon einmal so eine fotochromatische Sonnenbrille damals war die Technik vielleicht noch nicht ganz ausgereift ich war nicht sonderlich zufrieden ich fahre jetzt immer mit Wechselgläsern aber du hast eine mitgehabt und das hat funktioniert ja ich habe von Jays Lettix Sonnenbrüden seit zwei Jahren und die ist wirklich top also die ist total transparent in der Nacht und sehr dunkel tagsüber die wäre zum Beispiel bei 24 Stunden Weltrekord über 1000 Kilometer aufgehabt und dann brauchst du halt nicht Briten wechseln oder Glas das ist wirklich top dann bleibt mir mehr Platz für die Badehose richtig was natürlich eh klar ist und jeder wissen sollte Kabelbinder hat man immer mit also das ist eh klar wiederverschließbare sind auch ganz gut ich habe auch keine Kabelbinder gebraucht aber damit kannst du wirklich alles reparieren und Gaffa Klebeband habe ich über den Griff von meiner Pumpe gewickelt dann brauchst du nämlich keine Kleberrolle mitnehmen und ich habe jetzt im Nachhinein das abgewickelt das klebt gleich gut wie original und so kannst du quasi ja ich sage mal einen halben Meter Gaffa Klebeband platzsparend und unsichtbar mit transportieren und natürlich du hast gesagt du bist in Regen kommen Schmieröl oder für die Kette Dry Fluid habe ich auch schon seit ein paar Jahren in Verwendung das hat wirklich auch super funktioniert das hält ungefähr 1000 Kilometer mit einer Behandlung ist jetzt nicht so wie Öl das dann den Schmutz anzieht und irgendwie total verdreckt sondern ist quasi so ein trockener Kettengleitstoff wo dann kein Schmutz dran haftet und ja damit bin ich auch super gefahren und was man auf dem auf dem Foto auch noch sieht ich habe das Ladegerät mitgehabt für die SRAM Schaltung plus einen Akku zum Wechseln und eben ein Schaltauge Kettenglieder Reservekits für die Petale für die Schuhplatten und jede Menge einfach Dinge die man möglicherweise braucht Gummiringe so Klettverschlussstreifen um vielleicht Sachen zu befestigen die man vorher noch nicht irgendwie bedacht hat Kabel Elektroklemmen und das war schon so eine kleine Mini-Werkstatt ja Knopfbatterien Richtig wenn wir dann dazu kommen dass die nicht so unpraktisch sind und ein Schloss sehe ich da auch da muss ich dich natürlich fragen hast du dein Fahrrad jemals abgesperrt oder war das Ballast ich habe es abgesperrt in Gerdsbergen vor dem Start wie ich einkaufen war wo ich mir nur Nudeln und Pesto gekauft habe und eine Dose Thunfisch beim Spar und da habe ich gemerkt das funktioniert nicht irgendwie es lässt sich nicht verriegeln du kannst die Nummer einstellen du kannst aber immer wieder öffnen es war kaputt oder wie auch immer es hat nicht funktioniert und ich wollte es dann schon wegschmeißen habe ich gedacht nein ich nehme es doch zum Rennen mit weil es schaut einfach gut aus wenn du einmal irgendwo bist und das Rad scheint abgesperrt zu sein aber ich habe es da nie verwendet und das hätte auch nicht geholfen es war rein für die Optik und mittlerweile habe ich es weggeschmissen es war leider nicht ganz so das tolle Investment ja nicht einmal ich und ich habe dann doch längere Schlafpausen gemacht als du nicht einmal ich habe mein Schlaf benutzt obwohl es richtig mitgehabt ja und was man auch noch sieht auf den Büdern ist von Peroton eine vierte Trinkflasche und die war wirklich eine Wegwerfflosche da habe ich Gel eingefüllt die waren dreiviertel Liter Gel mitgehabt und ein bisschen eine brutale Ernährungsmethode aber ich habe das auch getestet und das war im Prinzip für die ersten 16 Stunden plus minus meine Ernährung da habe ich jede halbe Stunde dran genuckelt das hat geschmeckt wie wenn du einen Löffel Honig irgendwie isst und das hat super Kohlenhydrate geliefert und ich habe damit die ersten 16 Stunden eigentlich nichts essen müssen und alles was dann noch in meinem Gepäck frei war also jeden kleinen Zwischenraum habe ich mit Riegeln und so weiter vollgestopft die ich nach der Zeit einfach gegessen habe und damit habe ich gewusst ich komme mal den ersten Tag gut durch ich habe ein paar so Sackerl mitgehabt das sind eigentlich so Werbeproben vom Peroton Drink also vom ISO-Getränk und das hat eben auch immer wieder mal die ersten Tage mir ein bisschen Elektrolytgetränk mischen lassen weil die Qualität der Nahrung hat ich dann extrem abgenommen im Laufe des Rennens Bevor wir dazu kommen was mich brennend interessiert vielleicht kurze Anekdote auch von mir wichtig ist dass man den Riegel dann halt auch wieder findet weil ich habe beim Seven Serpents auch mehrere Riegeln mitgehabt und einen habe ich vom Start bis ins Ziel getragen und den habe ich dann zu meinen Radlsachen gehaut und jetzt von Barcelona wieder von Graz nach Barcelona getragen und wieder heim geflogen der liegt jetzt wieder bei meinen Radlsachen und ich werde den dann das nächste Mal wieder mitnehmen und hoffen dass es dann diesmal in meinen Mund schafft und schauen ob der noch genießbar ist ich habe schon auch noch drei vier Tagen oft Momente gehabt wo ich Sachen ausgepackt habe und plötzlich ist mir irgendwo ein Riegel aufgetaucht aber ich habe zumindest keinen ins Ziel transportiert das nicht das Gel 16 Stunden lang und das ist dann eigentlich eh schon die perfekte Überleitung zu der Frage die mir am meisten unter den Fingern brennt unterwegs vor der Ernährung recht einseitig und da frage ich mich hast du dir schon vorher bewusst überlegt was gibt es überall was vertrage ich gut und was nehme ich oder hat sich das dann einfach zufällig ergeben dass du dich nur mehr von Snickers und Kohle ernährt hast das war im Prinzip die große Unbekannte und ich habe wirklich ich habe so viel Respekt gehabt vor dem Ganzen also generell vor vor einfach der Idee ein paar die Tränen zu fahren und ich war wirklich demütig und ich habe gewusst meine 1000 Kilometer in 24 Stunden meine 6 Frame Erfolge helfen mir dort genau gar nichts ich muss von Null auf mich vorbereiten und ich habe wirklich Blogs studiert ich habe Podcasts gehört ich habe Berichte gelesen ich habe Bücher gelesen und ich habe mich einfach auch darauf verlassen dass das was fast alle berichten nämlich dass es wirklich wirklich geht mit ja Tankstellenfutter dann wird es für mich auch gehen habe ich mir gedacht und ich bin grundsätzlich fit und habe eine gute Verdauung und ein gutes Immunsystem das heißt das war eine große Unbekannte aber ich habe mir gedacht das muss funktionieren aber du bist nicht zusammengesessen mit jemandem und hast dir überlegt Sneakers gibt es überall das ist hochkalorisch und Cola gibt es auch überall und das vertrage ich gut oder hat sich das dann einfach so ich habe tatsächlich geschaut ob es Apotheken gibt an der Strecken wo man einkaufen gehen kann und die in Schuhe lagern haben aber das wäre dann so kompliziert worden und das gibt es wirklich nicht und du kannst dir nicht einen Karton in Schuhe mit 27 Flaschen kaufen das reicht auch nur für einen Tag und du hast 7 Kilo Gepäck das geht nicht du hast keinen Platz dafür und du kannst nur einen kleinen Vorrat mitnehmen deswegen habe ich dann alle Überlegungen in diese Richtung wieder verworfen und habe gesagt keep it simple einfach halten und man wird unterwegs was finden und dann natürlich das allergrößte Thema bei dem Rennen vor allem auf der Distanz nochmal doppelt schwierig es war Free Route es gibt fixe Checkpoints und Parcours aber der Weg dazwischen ist frei wählbar und das ist natürlich für einen Rookie die allergrößte Herausforderung ich habe mich da wirklich viel beschäftigt und mit Leuten geredet die das schon gemacht haben die sich gut auskennen und ja ich habe auch selber schon viele Jahre natürlich mit gespielt mit Routenplanung für diverse Trainingsausfahrten oder auch unseren Orbit Ride den wir im Frühling gemacht haben immer wieder ist das Thema natürlich wenn du Radl fährst einfach präsent aber nicht in der Dimension ja ich habe da wirklich viel Zeit investiert wahrscheinlich hätte ich es viel viel besser machen können mit Zeit anders investieren das weiß ich natürlich jetzt erst im Nachhinein aber ich bin dann im Zug gesessen Richtung Belgien mit meinem Wegwerfsackerl mit einem alten gewohnt das ich oben wegschmeißen werde und habe gewusst ich muss die Route noch fertig planen wenn ich in Gerzbergen bin ich bin ja nicht hundertprozentig startklar ein paar Sachen waren noch offen ich wollte mir noch ein paar Alternativen rausrechnen wie zum Beispiel Waldbrände in Norditalien haben gerade irgendwie aktuell dort eingesetzt da wollte ich mir noch eine Umfahrung planen falls man dort nicht fahren kann und natürlich kannst du keinen Computer mitnehmen aber ich habe mir mit meinem Airbnb Wohnungsvermieter ausgemacht ich gebe ihm ein kleines Trinkgeld und er stellt mir seinen Laptop zur Verfügung und ich habe gewusst dass ich in meiner Wohnung oben dann nicht mehr selbst kochen kann was mir sehr sehr wichtig ist sondern auch noch mit zum Laptop setzen kann und habe dann oben noch eigentlich alles fertig gemacht und du bist da im Zug schon das erste Mal mit dem Spirit und der Community des TCR sehr in Berührung gekommen ja ich habe im Zug der direkt von Wien nach Brüssel gefahren ist mit einem Nachtschlafabteil was sehr ungenehm war schon Transcontinental Race Teilnehmer aus Österreich kennengelernt wir haben stundenlang geplaudert gefoxhimpelt und uns ausgetauscht das war sehr sehr angenehm aber ich würde sagen wir schauen uns in der nächsten Episode an was so die letzten zwei Tage in Gerdsbergen noch gebracht haben weil wir machen jetzt ja eine komplette Staffel ob es sechs Episoden werden oder acht wissen wir jetzt noch nicht und wir werden aber auch öfters die Episoden online bringen ja und ihr habt das jetzt gerade im Offerfahren anscheinend haben wir ein neues Schedule und wir bringen jetzt Dienstag und Freitag eine Episode raus zumindest für die Staffel über das CCR das heißt für euch wir hören uns in vier Tagen schon wieder ihr müsst nicht allzu lang warten und dann werden die Geschichten richtig spannend und dann haben wir die ganzen Aufnahmen die Einspieler die Skandale die Hopperlers und die Dramen für euch dann zuerst und dann